Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Anchi Gaming, Flo von dem Start, heute mit neuem SPC-Content, es ist Donnerstag, es ist kurz an 19 Uhr und wie jeden Tag schauen wir uns den genauer an. Morgen geht es soweit, Freunde, neue Probo, auch um die, wo wir uns natürlich heute kaum mehr kümmern, denn es ist ein neuer Loading Screen am Start und ich sag mal so, der ändert definitiv einiges, wenn nicht sogar alles. Das wird sehr interessant, aber bevor wir das machen, gehen wir rein auf die Tagessammelt-Upgrade-SPC, Top-Party der SPC, wie in der Woche Donnerstag, wir haben eine Spiele-SPC mit Korea am Start für zwei Wochen und, aber es darf nicht fehlen, eine kleine feine Trikot-SPC. Also, let's go und abfahrt. Und bevor es losgeht, nehmt euch gerne kurz die eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben da lassen, würde mich extrem unterstützen, Dankeschön da für euren Support, lasst auch gerne einen kostenlosen Abo da, auf dem Weg kriegt so 60.000 Abonnenten und wie immer auch gern für Algorithmus, es würde extrem unterstützen, Freunde, lasst für eure Algorithmus Kommentare da, Dankeschön da für euren Support. Und damit starten wir, auf ganz entspannter Basis in den Donnerstag, ich würde sagen, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück und genießt das Video, Freunde, danke fürs Einschalten, wir gehen rein, erstmal auf ganz entspannter Basis in den Tages, Anmelde-Upgrade-SPC. Falls ihr es hier und da vergessen haben solltet, dann seid ihr vielleicht auch jetzt erst beim Zeitpunkt und holt euch das 50k-Set in den Zielen. Wir haben es ja schon längst abgeholt, nichtsdestotrotz solltet ihr reingehen, das Goldpack euch auf jeden Fall sichern und was müssen wir abgeben, natürlich wieder ein Bronzespieler im Idealfahrt in dem Verein, das ist natürlich das Perfekte und insofern eine easy SPC, die ihr auf jeden Fall noch mitnehmen solltet, das Goldpack einmal zu mitnehmen, auch wenn es nur ein Goldpack ist, wir haben ja schon Icons und mehr aus Goldpacks gezogen. Dann, wie jede Woche Donnerstag, natürlich Top-Artien-SPC, die darf nicht fehlen, Freunde, und da ist die große Frage, wie jede Woche Donnerstag jetzt noch öffnen, oder eben morgen nach 19 Uhr zur neuen Radio-Active-Promo. Ja, und ich muss euch ehrlich sagen, Freunde, heute habe ich meine Division-Ride-Rewards geöffnet, auch jetzt noch zu der Promo, und es ist wirklich schwierig, weil jetzt haben wir so viel aktuell gerade in Packs natürlich drin, mit dem Best-Of-Team-Of-The-Week, ja, und so weiter und so fort, richtig viele Special-Karten in Packs verfügbar. Da muss ich mal gerade überlegen, ob wir überhaupt morgen nach 19 Uhr, beziehungsweise dann ein XGL-Pack-Opening machen. Ich werde ein paar Packs auf jeden Fall ready machen, mal schauen, wie viel es werden. Wahrscheinlich nicht wieder wie beim letzten Mal über 30 bis 40 Packs, sondern vielleicht diesmal maximal 20, schauen wir uns morgen an, aber Top-Artien-SPC ist da, und die 5 Packs solltet ihr euch auf jeden Fall euch holen. Promo Gold-Proof-Pack jetzt als Gruppen-Reward, wir haben eine Woche Zeit, auf ganz entspanter Basis natürlich die SPC zu machen. Alilal Al Nasser, da haben wir auch einen Showdown, darf natürlich nicht fehlen. Dann haben wir Ofea noch gegen PSV und Newcastle gegen Manu, genauso wie Barca gegen Atletico Madrid. Wie immer sehr, sehr low-rated Squads, 76, 75 hier, wir haben hier mindestens Silber, und hier haben wir mindestens Bronze sogar als Spielerqualität. Und ich muss ja sagen, durch die Frauenteams, die jetzt auch am Start sind, die man auch hier nutzen kann, bei Barca, Atletico Madrid zum Beispiel, oder hier in dem Fall jetzt hier auch bei Man United, die Spielerinnen, die man nutzen kann, es gehen, ich habe gerade mal hier geschaut bei dem Beispiel, Barcelona, Atletico Madrid, die gehen nicht wirklich mehr hoch vom Preis. Also insofern, ihr könnt mal schauen in eurem Verein zu den jeweiligen Squads, dass ihr dann auch quasi Profit mitmacht, mit dem über den Verkauf von dem einen oder anderen Spieler, in Bezug auf Trading, könnt ihr definitiv machen, was ich euch eben empfehle, weil wir einfach hier auch vier weitere Packs am Start haben, die auf jeden Fall abzuschließen. Die Frage, die ihr euch eben stellen müsst, ist, schließt das jetzt noch ab, öffnet die Packs jetzt noch oder erst morgen nach 19 Uhr. Schreibt das auf jeden Fall mal rein, runter in die Kommentare, wie ihr da vorgeht, oder spart ihr überhaupt grundsätzlich für die morgige Promo einiges an? Auf die morgige Promo kommen wir gleich noch zu sprechen. Bevor wir das machen, gehen wir erstmal rein, und zwar zu der Thierry Correa, SPC, ein Rechtsverteidiger aus der La Liga, Portugal, Link ist da, Valencia und ein Segment für den Rechtsverteidiger, den wir hier am Start haben, 1,7 groß, 3 Sterne, 4 Sterne, wie gesagt, eine Live-Cut natürlich, Rechtsverteidiger, RV und RM, kann sich natürlich upgraden, kommt vor allen Dingen mit ordentlich Tempo um die Ecke, 92 Base-Tempo, 90 Antritt, 94 Sprint-Tempo, das ist auf jeden Fall ein Win. Ja, und sonst sieht er eigentlich ganz mit aus, sage ich jetzt mal nett gesagt, also, ich sage mal so, Pace hat er ja, wir haben Ballerin auf der Rechtsverteidiger-Position, ich zeige euch nachher einfach ein paar Alternativen, ich sage es mal so, ist ähnlich wie gestern, so ein bisschen die SPC, oder vorgestern besser gesagt, mit der Romero-Karte, schwierig, schwierig. Ich zeige euch gleich mal ein paar Alternativen, aber wenn ihr jetzt Valencia-Fan seid, wenn ihr Portugal-Fan seid, wenn ihr da einen La Liga-Squad habt und auf der Rechtsverteidiger-Position, die ihr auf jeden Fall haben wollt, dann geht natürlich gerne rein. Die Upgrades sind klar, haben wir schon vielzahlmäßig besprochen die letzten Tage und dann haben wir sogar 5 Spielstile. Müssen wir gleich mal gucken auf seine Base-Cut und vor allem das jeweilige Upgrade. Wie gesagt, es ist eine Live-Cut und abgeben müssen wir dafür, was ich grundsätzlich erstmal so gut finde, wieder 13 Tage Zeit. Wir haben lange genug Zeit, die SPC zu machen und das ist im Endeffekt ein Squad, wenn ihr mal zu viele Duplikate habt, wenn ihr mal ein Team-of-the-Week-Duplikat habt, etc. pp. und sonst keine anderen SPCs am Start habt. Es ist ein 83er mit einem Team-of-the-Week. Wenn das jetzt ein 83er-Greater-Squad gewesen wäre, ohne Team-of-the-Week, hätte ich direkt gesagt, komm, einfach mal eben nebenbei mitnehmen. Jetzt ist es wieder ein Team-of-the-Week. Keine Ahnung, was ich erinnere mal gedacht habe. Ja, also ich sag mal so, es ist keine Muss-Muss-Muss-SPC, aber es ist eine leicht abzuschließende SPC innerhalb von 14 Tagen, wenn man das mal so in Verhältnismäßigkeit setzt. Wir haben 14 Tage Zeit, beziehungsweise 13 Tage jetzt noch mit dem heutigen Tag inkludiert. Ein 83er-Gewalt-Squad hat jeder ganz schnell beisammen und sobald ihr dann ein Team-of-the-Week habt, habt ihr auch die SPC sehr, sehr schnell fertig. Müssen wir ehrlich sein, Freunde, und insofern das zu der SPC. Werden wir gleich nochmal genauer besprechen. Dann aber Sneaker & Stuff. Draußen eine weitere Heimtrikot-SPC und Freunde der Sonne, ja, die ist auch zwei Wochen da, aber warum, ey? Schenk uns einfach die Trikots. Warum müssen wir hier genau, ja, mindestens zehn seltener abgeben. Genau Goldspieler, mindestens zehn müssen davon selten sein. Mindestens vier Vereine und mindestens drei liegen. Why? Tell me why, yay? Also das ist auch wieder so ein Ding, da musst du nicht reingehen, aber wenn du jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung, obwohl du dann auch lieber in andere Upgrade-SPCs gehen, 80 plus Upgrade, 80 plus Doppel, beziehungsweise 81 plus Doppel-Upgrade-SPC mit den zehn seltenen Goldspielern, die man dann am Start hat, bevor ich hier so ein Trikot abschließe. Wenn euch das Trikot gefällt, wenn euch das Design gefällt, dann könnt ihr natürlich die SPC sehr, sehr gerne machen, ja? Absolut kein Problem. Ich wollte es nur, wie gesagt, ja, um es zu vervollständigen, euch mitteilen, die SPC, die Trikot-SPC ist auch neu, heute an diesem Donnerstag. Gehen wir kurz raus, ich habe einige Packs ready gemacht, Freunde, werden wir gleich öffnen, und zwar zu den Zielen. Wie sieht es bei den Zielen aus? Aktuell, wie gesagt, auch vieles am Start, aber ich muss euch ehrlich sagen, Freunde, es hat sich in den Zielen nichts, aber auch wirklich gar nichts, aktualisiert, beziehungsweise was heißt gar nichts, wir haben jetzt hier wöchentliches Gameplay wieder am Start, mit den XP zum Einsammeln, mit Moments etc. pp. Aber das ist, wie gesagt, ja normal. Also ich sage jetzt mal, nichts legitim Neues mit Spielern etc. pp. Das wird dann morgen alles wiederkommen, wenn wir thematisieren. Also Ziele abgehakt, und dann geht es rein in die Store. Haben wir noch das 30 Münzen-Schrägschicht 10 Münzen-Pack am Start, oder hast du uns das auch schon weggenommen? Wie sieht es da aus? Hier 180 und 400er, 30.000, da ist das 10 Münzen-Pack. Fangen wir mit dem mal an, let's go. Energizer-Pack number one, Abfahrt, 10 Münzen, gibt uns heute. Deutschland, ZOM, come on. Ah, Reus. Ich glaube, oh, Brand. Okay, noch ein bisschen besser. Noch ein bisschen besser, den 84er nehmen wir gerne mit. Siehst du, den habe ich mir auch noch nicht am Start. Ich glaube, die anderen beiden habe ich. Insigne, yes. Teumer, yes. Okay, machen wir kurz einen Discard. 30 Münzen-Pack, bist du auch noch da? Ich hoffe sehr. Ein Step wieder zurück. Promo-Packs, here we go. 30 Münzen-Pack, adios. Sehen wir nicht, ist nicht da. Okay, 10 Münzen-Pack zumindest etwas war, oder beziehungsweise ist noch da. Dann sind das die angespannten Packs, Freunde. Die gehen wir jetzt rein, bevor wir gleich mit Radioactive und Co. weitermachen. Ah, ich fall immer drauf ein. Das war das Gold-Pack. Und natürlich dieses weiße Flair, was ein Icon vortäuscht. Ah, es ist böse. Es ist böse. Koch-Duplikat. Ja, und lasst mich einfach, wie gesagt, in den Kommentaren sehr, sehr gerne wissen, äh, ja, wie viel Packs spart ihr auf? Äh, oder sagt ihr jetzt, komm, es ist gerade so viel an Special-Karten in Packs. Ich werde im Verlauf der Woche, wenn dann ab morgen 19 Uhr quasi neues in Packs ist, noch genug Packs öffnen, ähm, und, äh, werde jetzt keine großartig ansparen. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Primo Gold-Pack, drei seltene am Start. Machen wir mal, es gibt wieder Argentinien. Diesmal, van Egmund. Matthias. Sehr, sehr geile Namen. McAllister, tradable. Sehr gut, sehr, sehr gut. Zack, next one. Vier Packs to go. Primo Gold-Pack, komm, gib uns nun mal Thunderstruck. Frankreich, Torwart, Doris. Mace-Rating hat er dieses Jahr 80, 81, haben wir schon. 78 nur? Hat auch nix. Ist auch untrade. Nächstes Prime Gold-Profi-Pack, 82 plus Garantiert, come on. England, IV. Wait, ist das die, muss ja die Frau sein. Greenwood. Haben wir sie noch, oder haben wir sie schon abgegeben? Wer haben sie noch? Geld ist auch mit dabei. Ein tradable, irgendwas? Nicht viel. Kurzer Discard. Drei seltene Adios. Oder drei Spieler-Duplikate Adios. 82 plus Garantiert auch hier drin, come on. Deutschland. IV. Wo sind die Ratings? Ah, ist die Frau. Okay, da gut. 85er Rating nehmen wir sehr gerne mit. Guter Move, yeah, guter Move. So, hier jetzt ein paar Tradables. Immerhin. Zack, der Rest wird discardet. Und last but not least, was die Packs für heute betrifft, haben wir ein 81 mal 2 am Start. Mit welcher Nation Brasilien? ZM. ZM. Wir hätten die nicht schon am Start gehabt, aber es ist der falsche Brasilianer von Newcastle. Guimariš und Klaus am Start. Damit nehme ich euch rüber. Und zwar zur Footbeat-Szene. Da gucken wir uns natürlich, wie soll es auch anders sein, natürlich gucken wir uns ihn einmal an. Das darf natürlich nicht fehlen. Der SVC-Überblick, kurz für euch. Also am Start mag ich Match-Ups. Definitiv auf jeden Fall ein dickes, 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 dickes Muss. Sneaker and Stuff. Das Trikot, Freunde. Schließt es ab, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, lasst es nichts liegen. Und Körer ja auch. Wenn er euch gefällt, schließt es ihn ab. Wenn ihr keinen Bock auf ihn habt, lasst ihn einfach nichts liegen. Lasst ihn ablaufen und nutzt euer SPC-Futter anders. Ja, dann wird jetzt am Sonntag wieder neue SPC kommen. Montag neue Upgrades. Morgen neue Promo. Dann wieder neue Promokarten, neue Promo-SPCs. Neue Karten, Spieler etc. PP. Also insofern den Team-Wacht-Week, 83er-Gradian-Squad. POTMs werden kommen, etc. Den werdet ihr so, also euer Futter jetzt, diesbezogen, werdet ihr irgendwann so oder so los. Es sind 46.000 Münzen, stand jetzt, die wir dafür ausgeben müssen. Er kommt von der 77er-Gradian-Karte um die Ecke. Kriegt ein leichtes Pace-Boost, plus zwei. Elf Schuss dafür drauf, sieben passen, ein sechster Dribbling, acht Def und eine achter Physis. Ich meine, Def und Physis schon ordentlich abgelehnt. Ich meine, aber er kommt von der 77er-Gradian-Karte. Und jetzt eine 85er-Gradian-Karte mit 80 Def und 78 Physis. Das sieht halt noch nicht big aus. Ja, die müssen wir auf jeden Fall upgraden. Deshalb definitiv ein Anchor. Warum ein Anchor? Pace hat er schon gut dabei. Ein bisschen Pace upgraden. Und vor allen Dingen halt Def und Physis upgraden. Wenn dann überhaupt. Definitiv. Und dann wäre er ein Außenverdecker 85er. Das ist halt, in Bezug auf die Power-Curve, das ist de facto zu wenig. Da müssen wir ehrlich sein. Und der braucht halt seine Upgrades. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob er sie wirklich kriegt. Es ist Valencia halt, wie gesagt, nur. Jetzt als nächstes steht ja mal Girona. Ja, Freunde, die sind ja richtig gut dran. Also insofern schwierig, ob er dann seine Upgrades kriegt. Und wenn ja, wie viele. Was hatten wir hier für ein Dingens am Start? Ja, 27% und darum hoch. 73% darum runter. Würde ich tatsächlich aktuell tatsächlich mitgehen. Und ich würde die SPC innerhalb der zwei Wochen, mache ich wahrscheinlich nur. Wenn irgendwann mein Futter ich nicht mehr in andere SPCs packen will, dann mache ich vielleicht im Worst-Wast-Case diese SPC und kompliziere die damit. Aber generell, naja, also der haut mich jetzt hier nicht vom Walker, sage ich jetzt euch ehrlich. Also, ne, und wir gucken mal gerade auf die Playstyles. Das würde mich noch interessieren. Auf der Base hat er ja schon 5 immerhin. Alright, und jetzt hat er was, 6 oder 7? Auch 5. Naja, okay. Dann hat sich da ja auch, stand jetzt, wie gesagt, noch nichts verändert. Ich weiß nicht. Irgendwie ein paar komische Spieler-Picks, meiner Meinung nach. Korea war es, Lee Kang-In ebenfalls und Romero. Also jetzt 3 Spieler SPC für die Standard-Promo, die so ein bisschen weird sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die A dabei gedacht hat. Wir nehmen es einfach mal so mit. Wir nehmen es mal so an. Was anderes können wir ja diesbezüglich leider nicht machen. So. Damit haben wir auf jeden Fall das schon mal abgehakt. Und, ja, euch liegt es jetzt daran, das zu beurteilen. Geht er rein in die SPC oder nicht? Neue Evos übrigens heute nicht am Start. Das kurz zur Info. Aber ein neuer Loading-Screen. Seht ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail oder auch nicht. Je nachdem. Radioactive-Player, Freunde. Da sieht es eigentlich so aus. Wir hatten gestern schon den Loading-Screen am Start, der uns das linke gezeigt hat. Dass wir eben ihn quasi schon auf, in Anführungsstrichen, zwei Basic-Pacer schon Chemie haben. Ja, Basic-Chemie. Das Ding ist aber, wenn ihr einen Manager aus der jeweiligen Liga, in dem Beispiel haben wir jetzt hier Premier League, England und eben Manchester City, ein Premier League aus der Premier League, ein Manager, bringt den Spieler dann auf drei Einzelteam-Screen. Und das ist natürlich ein maximaler Game-Changer bei der ganzen Geschichte. Und es steht noch als weitere Option zur Verfügung. Oder, dazwischen seht ihr es ja hier quasi einmal das OR, Player from League. Ja, also ein Spieler, ein weiterer Spieler im Squad, neben dem Radioactive-Player, bringt ihn auf Gesamt-Team-Chemie auf drei. Also die jeweilige Karte. Und das ist natürlich definitiver Game-Changer. Was ich dabei gedacht habe, haben wir gestern schon ein bisschen thematisiert. Weil wir natürlich einen jeweiligen Squad draußen haben. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von dieser Chemie-Boost, von dieser Chemie-Taktik von ihr denkt. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig nice Geschichte. Ich finde es passend für die jeweilige Probe. Und ja, also erstmal das Kartendesign ist natürlich für deine 10 vor 10. Finde ich extrem nice. Da machen sie ja nie Fehler mit. Aber dass wir eben Base-Chemie von zwei haben, ja, und sie dann relativ simpel auf drei boosten können, mit eben jeweils nur einem Spieler aus der jeweiligen Liga oder einem Manager als Zusatz, oh yes, das ist sehr, 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 sehr attraktiv. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein absoluter Game-Changer. Das ist ein absoluter Game-Changer. Und wenn wir uns das Team nochmal anschauen, wer da so mit dabei ist, dann seht ihr hier schon, ja, dass wir unter anderem eben auch Karten dabei haben, die wir halt eben sonst sehr schwierig linken können, beziehungsweise schwer auf Chemie bekommen würden. Ja, also beispielsweise jetzt Curl. Schwierig auf Teamschmied zu kriegen, weil wer hat relativ viele Australier am Start im Verein, wer spielt hauptsächlich der Frauenliga da. Insofern würden wir so Curls zum Beispiel relativ schnell und einfach beispielsweise mit einem Manager dann eben auf die drei Einzelteam-Chemie bringen. Und das wäre natürlich auf jeden Fall Bild. Ich nehme jetzt mal Real Madrid-Spieler, Barcelona-Spieler und so weiter, nehme ich jetzt mal außen vor oder auch Schobaschlei, der grundsätzlich aber eine schlechte Nation beispielsweise hat. Aber wenn wir uns Zaha anschauen, Cassier beispielsweise, wir haben Benzema und Kante, gut, die haben den Perfect Link zueinander zum Beispiel. Aber an sich in einzelnen Benzema hast du sonst eigentlich schwer zu linken, auch wenn die Nation relativ gut ist. Und so hast du es halt wesentlich vereinfacht und wesentlich einfacher, die jeweiligen Radioactive-Spiele allgemein zu linken. Beispielsweise eine Nani-Karte, die du einfach relativ easy da reinklicken kannst in deinen Main-Squad. Ob es ein Quarra ist mit der Nation Georgien. Ihr müsst da nicht komplett auf Serie A gehen, um ihm auf ordentliche Chemie zu kriegen, sondern eben relativ simpel mit dem Manager oder eben mit einem weiteren aus der jeweiligen Liga spricht natürlich auch dafür. Und das will ich vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz sagen. In dem Fall hier jetzt Player from League heißt natürlich auch Ribos. Also falls ihr da jetzt Company beispielsweise habt, ja, der an sich natürlich schon eine ordentliche Chemie hat, zählt natürlich auch, ja, mit dem Premier League-Spieler. Company würde in dem Fall jetzt hier als weiterer Spieler aus der Liga natürlich zählen, ja, also insofern das auf jeden Fall auch im Hinterkopf haben und da solltet ihr auf jeden Fall einfach mal schauen und es einfach als Win, sage ich mal, betiteln. Ich tue es auf jeden Fall zu sehen, okay, wir haben die Möglichkeit, diese Karten, die morgen um 19 Uhr in PEX kommen, da wird auch wieder ein Mini-Release mit dabei sein und so weiter und so fort, der dann vielleicht am Sonntag es kommt. Gut, aber grundsätzlich haben wir es einfach, die Karten, wenn wir sie denn dann ziehen, das müssen wir natürlich als erstes machen oder kaufen auf unserem Transfermarkt, dass wir dann eben sie relativ gut linken können. Finde ich einen Big Win von EA, finde ich sehr, 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 sehr nice, hat EA auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice gemacht und wir werden uns das morgen on Detail anschauen und vor allen Dingen, wie gesagt, die Statsen hat es hier noch nicht confirmed, ja, nur die Spieler an sich, aber da bin ich sehr darauf gespannt, vor allen Dingen auf die Upgrades der jeweiligen Spieler. Also, was bleibt uns, Freunde? Wir können uns freuen mit jetzt morgen, dem letzten Tag, der großen, großen, großen Black Friday Promo und die Vorfreude auf die Radioactive Promo, die auf jeden Fall ansteht. Heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall bis morgen Abend auf jeden Fall einige Packs hier auf dem Account noch ready machen, dass wir morgen wieder in den XL Video und Pack Opening vor allen Dingen reingehen können. Ich freue mich extrem drauf, ich hoffe, ihr seid da auf jeden Fall wieder mit dabei und falls ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, Freunde, dann könnt ihr euch hier sehr gerne meinen Liegen-SPC-Grind einmal anschauen während der Black Friday Promo. War auf jeden Fall sehr, sehr nice, mit euch da reinzugehen. Liegen-SPC-Methode, absolut wild und absolut underrated und hier noch ein weiteres Video, Freunde, hier unten, falls ihr es auch noch nicht gesehen haben solltet. Lasst gerne Liebe da, wenn es euch gefallen hat, Dankeschön für euren Support und mich wird es freuen, natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Vergesst nicht, Glocke aktivieren und damit euch einen entspannten Abend. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.